Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. Ich bin jetzt schon mal hier aus dem Passwort Romgar geflogen. Und schauen wir mal, was uns denn hier schönes erwarten wird. Und Turtle ist natürlich auch mit... Hat er gerade mitgerollt? Warte mal. Ach man. Ja. Hi Grimfang. Irgendwie noch was am Downloaden, dann können sie uns ein bisschen... äh, naja. Friends und so. Geht zwar jetzt, wenn sich nichts bewegt. Na gut, es dropped schon ziemlich krass. Na egal. Wir sind jetzt hier. Ich hab Bock auf WoW. Deswegen haben sie besser. Nice. Gehen wir. Quasten. Bla 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 bla. So. Zack, zack, zack. Alle Quests mal annehmen. Ne, wie immer kennen wir schon alles. Also werde ich es nicht vorlesen. I leveln, ne? So ist es normal. So ist es normal. Ein Waffenschmied. Oh, das sind viele Quests hier. Das ist ja ein bisschen. Habe ich eigentlich was zu verkaufen? Habe ich das schon mal? Kann man verkaufen? Kann man verkaufen? Verkaufen. Das Eis möchte ich behalten. Kann mich heilen. Kann man immer irgendwie gebraucht wahrscheinlich. Wow. Ne? Ja. So, so, so. Äh, wo haben wir den... Ohrstein-Typi? Das ist die Rolle. Wow. Der war vorher noch nicht da, oder, Huglas? Ach, das für zwei Spieler. Schaffe ich das? Zwei Spieler? Mag ich. Ich versuch's, ne? Dann haben wir mal ein bisschen Action. Zwei Spieler kriege ich hin als Tank, hoffentlich. Kann ich austanken. Muss ich... Muss ich mit dir mitgehen, oder so? Was? Dinge töten. Zack, zack. Der Sound ist gerade ein bisschen verpackt. Was zum Fick ist los? Was zum Fick? Okay. Warum ist jetzt das fehlgeschlagen? Wow. Ach man, muss ich wirklich mit dem mitrennen? Oh mein Gottness! Ja dann, gut, machen wir das so. Okay. Also ich weiss nicht, ob man das gehört hat oder so. Jetzt ist er nicht mehr da, oder wie? Oh mein Gott. Okay, dann lassen wir das sein. Ist mega. Der Sound war gerade ein bisschen verpackt. Vollkommen verspielt. und so weiter. Keine Ahnung, was das war. Jetzt geht's wieder. Ah, keine Ahnung, was da gerade los war. Wem war strange. Gut. Aha. Ich hab's von ein zu ein gesammelt. Jetzt verstehe ich. Das das ist ein bisschen tun. Gut. Äh, ich geh da nach links, ne? Den nehm ich aber noch mit hier. Schlag mal zu. Töten der ohne Probleme. Und da geht's auch direkt weiter. What? Da ist ein Kopf. Ich dachte gerade, dass das für ein Vieh sei, aber das ist nur die fucking Spiegelung und das ist nur ein Stachelkriecher da drauf. Ich dachte, das sei ein Riesenvieh. Kann passieren. Ich kann doch. Ne, ich bin, ach, ich bin ja gar nicht ein Mensch. Okay. Wow. Wow. Ist verschlossen. Merkt, ich hab vorhin ein bisschen mit meinem Main gespielt, ne? Ich hab mir übrigens auch überlegt, auch mal eine Spezialfolge oder so mit ein bisschen Weltquests mit meinem Main zu machen. Wenn ihr das vielleicht auch mal seht, ich weiß nicht, wie. Wahrscheinlich, ich hab das eh auch schon alle BF-Armen durchzocken und so weiter und so. Sofort, ne? Deswegen, ja, ich hab Bock drauf. Dann hab ich angefangen, alleine Weltquests zu machen, da dachte ich mir, nee, jetzt kann ich nicht mehr, wenn schon, dann alles. Äh, deswegen, vielleicht übermorgen, morgen, man weiß es nicht. Ich mein, wir werden es auch sehen, wenn es denn so weit ist. Ich komm her. Was ist hier los? Warte, was war das denn für eine strange Bewegung, die unser Org hier gemacht hat. Mein Gott, Turtle, reiß dich zusammen. Hab ich schon mal gesagt, dass ich dort lebe? Ich liebe ihn, ne? Ja, jetzt haust du ab. Du bist fucking eine Humanoide, reiß dich zusammen. Ja gut, das sind immer die Humanoide, die wegrennen. oder um Hilfe rufen. Komm her. Komm her. Töte ich dich, töten werde. Das sind aber viel. 20 Umbringen von denen, das ist, hat es Katta schon so viel Dinge ins Kirchen gegeben? So viel umbringen, töten und so weiter? Das war ein bisschen doch abgeschafft mit Katta, oder? Ich dachte es auf jeden Fall, aber anscheinend ist es nicht so. Gut, dann sei es so, dann sei es so. So, immer schön, der Treppe hoch, der Treppe hoch, die Treppe. Die Treppe hoch. Äh, hier ist nix. Ah doch, ein Leuchtfeuer. Ich möchte es gerade verarschen. Fucking Eschenthal, was ist los mit dir? Auf einmal, fragst du solche Dinge nicht an. Ist das irgendwie Buggy oder sowas? Wo kriege ich das fucking Öl her? Ist es da hinten? In dir vielleicht? In dir? Ich weiß es nicht. In dem Fall werde ich euch umbringen, alle beide, weil ihr nervig seid und dumm und habt mir nichts davon gesagt und so weiter und so fort. Warum bin ich, aha, ich wollte gerade sagen, warum bin ich so langsam, aber war ja ein Faustmage. Okay, jetzt habe ich die Krabbe noch gepullt. YOLO! YOLO Banane! Und kommst du auch noch, rasselt der Kriecher. Also, wo kriege ich jetzt das Öl her? Trifte diese Schrift ohne den Leuchten wird er sich für erden oder noch schlimmer. Hermit behebt euch auch. Sammelt den Tran der Hydras in diesem Gewässer und bringt sie aus. Ist das irgendwie was zum Einsammeln? Das ist versorgenes Altmetall, das muss ich aussammeln. Okay, ist das weit unten. Okay. Ah, hier. Ich muss diese Hydra hier umbringen. Ich sehe, ich sehe, aber ohne Wasseratmung oder so könnte es ja noch knapp werden hier. War das nur eins? Wow. Gut, eigentlich. Ich habe noch Zeit. Komm her. Immer schön auf die Fräse hauen. So, da haben wir das Tran. Der Tran. Das Tran. Heute habe ich es ein bisschen mit den Pronomen, Pränomen, whatever. Verdammt, Deutsch, ne? Das ist lange her. Deutsch, schwere Sprache. I know, I know. Oh, das lag mir. Scheibenkleister. Rolle, Rolle. Muss ich das Metall hier draussen sammeln, oder? Das wird nämlich auch nicht angezeigt, das Metall. Was ist los mit dem Eschenthal? Ne? Schlimm, Schlimm. Ob es noch Classic wäre oder so. Ich bin da gerade ein bisschen verwirrt, ne? Also, ich hoffe, eins reicht, oder? Das sagen sie einem natürlich auch nicht. Das ist schon ein bisschen krass gefährlich. Ich bin gerade ein bisschen triggert, ne? Das nervt mich jetzt gerade. Ach, ich wollte mich gerade wirklich verarschen, ey. Es ist, als ob ich der größte Noob wäre gerade. Was sind das für Quests, Mann? Schei. Die nicht mal Quests machen, die besser sind und nicht so kacke nervend. Nervig. Schlimm, schlimm. This is fucking What's da oben? Gerade ein bisschen Hi Panda. Da sind neue Rechenflossler. Flossen. Flössler. Wie hießen die? Rechenflossen. Gut, das ist auch eine Quest und so weiter. Aber trotzdem. Ich hätte gern bessere Quests, da hinten ist ein bisschen Metall. Und den brauche ich auch fucking zehn. Pull den jetzt einfach ein bisschen. Ich hätte gern Wasser Atmung. Hab ich das? Wäre voll cool. Ich glaube Mensch hat das nicht, oder? Nee. Kann ich es lernen? Ich glaube es auch sonst. Nee, 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 nee. Himmliches Glück. Nee! Kann ich nicht lernen. Ach Mann. Aber die Rolle habe ich noch. Mach es bisschen schneller. Schon. Dunkels All Metall, danke. Wo haben wir noch was? Da hinten. Schwimm 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 herum schwimm schwimm herum rum rum. Das ist ich habe gerade irgendwie voll Bock verloren wieder. Voll Motivation yeah bisschen WoW zocken yeah nice oh mein Gott wie cool das schwimmt. und dann kamen diese quests und ich nur so nice das ist das was ich haben will solche quests die kacke sind aber so sei es so sei es man muss damit leben leveln ohne leveling gear ich bin ja auch selbst schuld also deal with it deal with it doch ich habe noch Zeit weil ich den punkt kann wieder gepunt Dankeschön ja sind fast in die fräse kann nicht kicken ne geht nicht geht gar nicht ich kann nicht kicken das bisschen kacke ohne kicken kacke Gott die b drück nicht m glaube ich 4 und ich brauche 10 immer kurz nach oben nicht nicht und pullen das wäre voll töfte atmen 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 nice pullen kann ich schon mal in diese richtung rennen schwimmen ist ja kein rennen ich merke gerade was seit kata habe ich glaube ich erst einmal hier im eschenthal gelevelt questet und das ist ganz am anfang gewesen das ist wieder diese fucking animation ne das ist so strange ja gut warum stimme ich jetzt schon wieder hoch ich weiss es nicht ich weiss es nicht komm hier pull dich ich wollte dich pullen ich hab 8 eisen das heisst eisen habe ich gleich geschafft hier habe ich 6 das ist nicht so nice wo ist das letzte metall das ok wirklich jetzt ist sie wieder ein ach Freunde jetzt auf einmal da gut gut endlich und von denen brauche ich noch mehr ich habe schon vergessen wie viele ich habe 6 geile muschel musst du muscheln so guck mal her run auf das ist so einer zwei zeige ich nicht so geplant wollte ich so einen dummen ding zum bringen so einen ich habe immer mit so timern obwohl man die zeit sieht habe ich immer so panik davor zu ertrinken keine Ahnung warum das ist einfach irgendwie so immer das liegt mir wie im blut angst haben davor zu ertrinken keine ahnung warum aber es ist einfach so ich habe Angst zu ertrinken so ist es punkt mag ich Wasser nicht so geht das ist jetzt keine phobie oder so aber Angst habe ich tiefem Wasser ist immer so bisschen also jetzt in Videospielen und im Fernsehen geht es aber wenn ich dann richtig im Wasser bin ich bin auch nicht gerade der absolute beste schwimmer der welt deswegen ist es für mich auch immer so kleines bisschen ja ein bisschen bange habe ich dann ganz wenig bange russl's island ok wer bist du wer ist russl sagt die mir das oder muss ich das selbst herausfinden wer russl russl ist klingt goblinisch goblinianisch oder so wie ein goblin auf jeden fern oder wie ein ne trolle heißen anders komm her komm her komm her nebelpeitsche hydra zora am strand zora am strand zora zora am strand ok nicht ganz nicht ganz du drück immer m stab b ne noch einen oder sie machen wir im rückweg die holen wir uns rückweg oder ne ich werde wahrscheinlich ja ich habe woher stein benutzen dann ist wahrscheinlich ein bisschen ein schnellerer weg als das alles zu rennen ich bin außer reich ne so einfach ist das uh ist ja schon so spät dann machen wir dann machen wir das mit dem leuchten also doch im nächsten part aber ich ziehe jetzt das noch durch hier paar gegners hier gehe ich noch hin die fünf die sind alle hier ein bisschen am warten bis sie getötet werden das ist nämlich ihr ziel ich kann ja eigentlich zwei pullen ne ich bin ja ein tank ich kann ja das ich könnte auch einen paralysieren im notfall also alles gut ne weiß auch nicht warum ich nicht mehr pulle immer irgendwie ist es gewohnheit immer einzeln alle um zu bringen komm komm so dich nehmen auch noch voll auf den poppes hauen hier wir casten beide gleichzeitig einer wird es nicht überleben zack oder haben es gleich freunde zaphire brauche ich noch weißt was mach mir nächsten part ich hoffe es hat euch gefallen sehen uns dann morgen wieder bis dahin mach es gut ciao we want hey Lord we you we Bis zum nächsten Mal.